In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hörte auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hörte aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hörte auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hörte aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden bindet werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.